Hier wäre noch meine Kuhherde. Daher ist immer noch das letztige Problem, dass wir immer noch nicht genug Tierkörper zusammenkriegen. Habt Dank. Euer Obolus soll euch nicht zu eurem Nachteil gereichen. Azambay kann euch nun Eisen und eine größere Anzahl an Söldnern anbieten. Ach, Belagerungsdruck. Hä, hab ich schon zwei Bäcker? Ja, ich hab schon zwei Bäcker. Jetzt hab ich einen dritten Bäcker. Okay. Wollen die meinen Handelsposten angreifen? Das wäre nicht so toll. Äh, und die Mauer ist noch nicht fertig? Oh, wahrscheinlich, weil hier unten nicht zu ist. Schon unterwegs. Ei! Ei! Alles klar! So, fach! Mhm, da kommt sie. Die kann ich aber zum Glück abfangen. Wir werden angegriffen. So gut wie erledigt. Hey, wir haben ein Katapult. Also ja, jetzt hole ich mir erstmal Schafe. Damit wir Klamotten herstellen können. Was nimmst du eigentlich noch an? Wolle und Milch, also ja. Das Territorium 500, okay. Verstanden. Dann erstmal wieder Holz loswerden. Oh ja, und ich kann jetzt mich um... ...Mäd kümmern. Wobei, äh, nee, nicht hier. Da würde ich gerne das Medetär dann hinhaben. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Also einmal mit hier. Und einmal mit hier. Mein Schiff ist dem Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Natürlich. Wie ihr befehlt. Wie ihr wünscht. So, dann gucken wir uns erstmal mit unserem Dieb hier hinter Rot. Auf dem Weg. Auf der Stelle. Wie ihr wünscht. Ja. Natürlich. Wären wir schnell zum Hafen heizen, um... Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Uns Eisen zu kaufen. Und die Mauer gilt immer noch nicht als geschlossen. Das ist... Ärgerlich. Bis sie hier zu machen wahrscheinlich. Sofort. Sofort. Ja, Stadt Amistan ist feindlich. Wie ihr wünscht. Auf dem Weg. Das ist die Stadt Amistan selber. Gut. Wie ihr wünscht. Auf der Stelle. Ach ja, Eisen kaufen. Verstanden. Jawohl. So. Und dann ziehen wir hier unsere... Schmieden mal hoch. Und unsere Kasernen. So. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Gut. Eisen haben wir ja jetzt. Also kommt in rauen Mengen. Verstanden. Die Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Alles klar. Da wären Kühe. Wir brauchen aber immer noch. Ganz, ganz dringend. Wie ihr wünscht. Gut. Okay, hier gibt's nur Fisch, aber keine Schafe. Alles klar. Schon unterwegs. Hier dürfte es Schäfchen gegeben haben. Ja, auch wenn's nur drei Stück sind. Okay. Das Territorium kostet auch nur 200. Und ja, die können da dran vorbeilaufen. Mist. Und ja, die können da dran vorbeilaufen. Doof. Das würde auch nichts bringen. Ja. 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 Die Bevölkerung sieht noch gut aus. Ja. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ja. 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 So, Schäfer hinten. Wow, was für ein Leck. Und ja, ich übertreibe jetzt einfach mal mit. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Das tauschen wir einmal. Und ja, an diesem Pseudoweg hoch können wir dann eine Apotheke errichten, äh, eine Kräutersammler errichten. So, hier hat es noch Schafe gegeben. Ja? Gab's nix? Ja. Sofort. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Mein Schiff ist dem Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. So gut wie erledigt. Ja. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wie ihr befehlt. So, drei Schäfchen haben wir schon mal. Wir kriegen jetzt noch viel mehr Geld. Und können jetzt auch mal eigene Truppen ausbilden. Sofa! Wir waren erfolgreich! Ihr seid ein jämmerlicher Haufen. Glaubt ihr allen Ernstes, dass euch diese Mauer schützen wird? Macht euch keine Hoffnung. Ich kenne eure Schwarzstellen. Jawohl! Auf euren Befehl! Ja. Natürlich. So, jetzt kommen die wenigstens nicht mehr so häufig wahrscheinlich uns angreifen. Alles klar! So, Elias. Also ja, bevor ich den nächsten Schritt trigger. Dann fällt ihm etwas weiter. So, jetzt kommt ihr� genau passt.